Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 252. Mal bei Hoax oder dem Skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoaxmistress. Hallihallo ihr da draußen und Tag und bei mir ist natürlich wie immer zum Glück der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Ja, heute haben wir einen Gast in der Sendung und im Fernsehen würde man sagen, das Interview haben wir bereits vorab aufgezeichnet. Und das werdet ihr gleich hören. Alles weitere dazu können wir dann glaube ich euch im Interview sagen. Und Alexa hat eine Geschichte vorbereitet. Hier läuft gerade ein Kater im Jauzen vorbei. Vielen Dank auch schon mal an alle, die jetzt ganz kurzfristig schon auf den Aufruf für Decken und Kissen reagiert haben. Das ist ganz, ganz toll. So viele Anfragen, die wir schon weiterleiten konnten für die rumänischen Straßenhunde. Das ist super, super gut. Vielen Dank dafür und vielen Dank für die Unterstützung und jetzt machen wir erstmal weiter mit der Story der Woche. Die Story der Woche In der heutigen Story geht es um Wissenschaft und um Astronomie. Es geht darum, dass ein Wissenschaftler, ein Astronom eingeladen worden ist, um bei seiner faszinierenden neuen Entdeckungen vor einer astronomischen Gesellschaft einen Vortrag zu halten. Und er fährt dorthin, stellt sich dann vor sein Publikum, vor sein Fachpublikum und fängt an, den Vortrag zu halten, berichtet von seiner Entdeckung und berichtet dann darüber, dass er einen schwerwiegenden Fehler in seinen Berechnungen gemacht hat. Und zwar einen Fehler, den eigentlich irgendwie ein relativ frischgebackener Physikstudent machen könnte unter Umständen. Und nachdem er das berichtet hat, bekommt er dafür von seinem fachlich höchstgebildeten Publikum stehende Ovationen. Das ist die Geschichte, wenn ich euch da nicht Mumpitz erzählt habe. Klären wir natürlich am Ende der Sendung auf. Thema der Woche Ja, heute zu Gast ein Historiker, den der geneigte Huxilla-Hörer, die geneigte Huxilla-Hörerin, bereits schon im, ja, wahrscheinlich im Dezember, eher weil es Ende November war, die Folge gehört hat. Ralf Grabuschnik ist wieder zu Gast. Hallo Ralf. Ja, hallo Alexander, hallo Alexa. Ich glaube auch, es dürfte Dezember gewesen sein, wie die Zeit verfliegt. Ja, rausgekommen ist die Folge am 30. November, aber ich glaube, wir haben durchaus Hörer, die nicht am ersten Tag eine Folge hören, was ja auch völlig in Ordnung ist, wenn die rauskommt. Und für alle, die die Folge nicht gehört haben, weil sie gedacht haben, flache Erde, darüber haben wir nämlich damals gesprochen, was sehr unterhaltsam war, wie ich fand. War eine schöne Folge. Danke dir nochmal an der Stelle, Ralf. Ja, gern fand ich auch. Du machst selber ja auch einen Podcast. Vielleicht kommen wir erstmal ganz kurz nochmal darauf, dass du ganz kurz ein paar Worte zu deinem Podcast, nämlich den Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Ja, genau. Danke. Ja, ich mache seit inzwischen auch schon ein Zeitchen, nicht so ganz wie ihr, aber seit zweieinhalb Jahren jetzt den Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Da bin ich in so einem recht angenehmen, wie ich finde, für mich und hoffentlich auch für die Hörerinnen-Halbstunden-Format, erzähle ich Geschichten aus der Vergangenheit und versuche das einerseits unterhaltsam zu machen, trotzdem natürlich lehrreich. Und mir ist es wichtig, so einen Blick auf das Hier und Jetzt zu haben. Also da hat die flache Erde ganz gut reingepasst, wo wir auch ein bisschen über die Geschichtsmythen von Kolumbus abwärts gesprochen haben. Und ja, so Dinge geschehen dort bei Déjà-vu-Geschichte, genau. Genau, du weißt, es ist auch eine Quizshow in der Vergangenheit, da mussten wir leider absagen aus Zeitgründen, sonst hätten wir da auch gerne mitgemacht. Und du hast, wenn ich hier gerade die letzten Folgen nochmal so durchrolle, auch so interessante Themen, gar nicht unpassend zur aktuellen Zeit, nämlich die Hygiene im Laufe der Jahrhunderte zum Beispiel. Oder du erklärst deinen Hörerinnen und Hörern, was es denn so mit dem April-Scherz auf sich hat, damit man sich so eine Vorstellung machen kann. Und das Ganze profund, weil du bist ja Historiker. Also du solltest dann wissen, worüber du redest als Historiker, oder? Sollte ich, ja. Ich war jetzt immer davor, jedem zu glauben, der irgendwas erzählt, nur weil er ein Studium gemacht hat. Aber ja, ich habe Geschichte studiert. Ich recherchiere aber trotzdem natürlich jedes Thema relativ intensiv, weil man kann es ja nicht oft genug betonen, auch wenn man etwas studiert hat, weiß man nicht alles. Im Gegenteil. Und vor allen Dingen nicht immer alles zu jeder Zeit. Also auch wer sich dann in seinem Feld fortlaufend betätigt, hat dann ja das eine oder andere Themengebiet, in das er sich trotzdem wieder einlesen muss. Also auch der Experte, und dadurch zeichnet man sich ja als Experte, glaube ich, auch aus, ist durchaus geneigt, mal anzuerkennen, wenn er was nicht weiß und was nachlesen muss. Ich glaube, das schafft ja auch dann wieder ein Vertrauen in gewisser Weise, oder? Ja, klar. Das gehört ja auch ganz zentral dazu. Du sagst es, wenn man Experte ist, dann kann man ja nicht aufhören, sich damit zu beschäftigen. Und gerade jetzt so ist bei euch ja ähnlich. Wir sind ja mit unseren Podcasts in einem sehr breiten Themengebiet erstmal unterwegs. Und also auch bei mir Geschichte. Geschichte ist halt alles, was bis vor drei Sekunden geschehen ist, oder was auch immer. Es ist alles irgendwie historisch. Man kann alles historisch aufgreifen. Und das heißt, die Themen sind ja unlimitiert. Und da ist es dann klar, dass man niemals über alles Bescheid wissen kann. Und man muss sich natürlich dann einlesen. Aber das ist ja auch das Schöne, weil man ja trotzdem so irgendwie so ein Puzzle im Kopf trotzdem sich zusammenbaut. Das stimmt. So ein Bild zusammensetzen kann. Es ist nur ein bisschen traurig, weil das Puzzle halt nie fertig sein wird. Ja, das stimmt. Gibt es eine Epoche, die sozusagen dein besonderes Steckenpferd ist, die dir am meisten liegt? Das ändert sich wirklich immer wieder mal. Also im Studium war das recht eindeutig. Da habe ich viel später Neuzeit gemacht, 19. Jahrhundert. Was ja auch bei euch immer wieder vorkommt, ist halt einfach eine Zeit, die extrem spannend ist, weil halt alles, was unsere heutige Welt so ausmacht, oder sehr vieles davon damals, so seinen Anfang nahm von der Industrialisierung weg bis zu allen möglichen kulturellen und religiösen und was auch immer Bewegungen. Aber inzwischen ist es ja doch mein Anspruch, da breiter zu sein. Ich gebe zu, Antike ist immer noch nicht mein Steckenpferd. Kann ich irgendwie nachvollziehen, ja. Aber ich mache zum Beispiel viel so frühe Neuzeit, 16., 17. Jahrhundert ist etwas, was mir gerade viel Spaß macht. Da auch wieder Themen, wo wir ein bisschen Überschneidungen haben, so zum Beispiel Hexenglaube ist etwas, wo ich mich gerade im letzten Jahr oder so immer wieder mal damit befasst habe, weil ich es einfach spannend finde. Oh ja. Ja, aber das wechseln, das ist ja auch das Schöne. Man muss ja nicht sich so auf eine Zeit festlegen, weil ich ja eh schon notgedrungen mich relativ stark auf Europa konzentriere, räumlich, wo ich dann schon eine gewisse Einschränkung habe, weil einfach der Aufwand jetzt in Tiefe irgendwie afrikanische Geschichte von vorkolonialen Staaten zu recherchieren, meistens unrealistisch ist, weil man leider von der Vorbildung her dann in der Uni doch nicht so viel davon gehört hat. Und dann will ich mir zumindest die Zeiten offen lassen. Jetzt haben wir dich heute eingeladen, weil du uns von einem Projekt erzählt hast, was du vorhast, was jetzt gerade startet und was wir furchtbar verschwannend fanden. Du möchtest dein nächstes Buch crowdfunden. Und sowohl den Titel als auch den Inhalt des Buches fanden wir sehr, sehr spannend und haben gesagt, da müssen wir gleich mal eine Folge draus machen. Magst du uns vielleicht mal sagen, worum es da geht, wie das Buch heißt und was die Idee hinter dem Buch ist? Ja klar, also eingeladen ist schon mal stark. Ich fühle mich fast, als hätte ich mich selbst eingeladen. Aber es ist umso schöner, dass ihr ja gesagt habt. Ja, genau, ich mache mein erstes Crowdfunding. Habt ihr ja auch mal, glaube ich, Erfahrungen damit gemacht. Ja, die Hälfte dieses Projekts ist realisiert worden, nämlich das Crowdfunding selber. An dem Buch, das ist wirklich, ja, muss ich sagen, so der große Knackpunkt sitzen wir im Prinzip seit Jahren, weil wir da mit drei Autoren dran arbeiten, der Sebastian Bartoschek, Alexander und ich. Und wir echt so das Gefühl haben, da ist auch beruflich so viel dazwischen gekommen und wir haben uns da so viel vorgenommen mit diesem berühmten Neu-Schwaben-Landbuch. Also das tut mir echt wahnsinnig leid, weil das ist regelmäßig nachgefragt. Ich habe nachgefragt, ja, also wir sagen dann immer, es wird kommen, aber es wird wahrscheinlich noch eine gewisse Zeit danach kommen. Ja genau, bei mir ist es jetzt auch irgendwie halt so gekommen, ich habe mein erstes Buch, mein erstes Volllänge-Buch, wenn man so sagen will, vor zwei Jahren veröffentlicht damals, also Endstation Brexit hieß das, ein Buch über englische, europäische Geschichte. Und das war mit Verlag damals und jetzt habe ich schon länger eben an diesem neuen Buch geschrieben und will das jetzt per Crowdfunding dann selbst herausbringen. Das Buch heißt oder wird heißen Populismus leicht gemacht und wie der Titel vielleicht schon verrät, ist es so eine sarkastisch, aber doch gleichzeitig irgendwie warnende Handlungsanleitung für den Diktator von morgen. So ist ungefähr das, in aller Kürze zusammengefasst, worum es im Buch geht. Und ich schaue mir dort einerseits vom Blick, wie vorhin schon gesagt, vom Hier und Jetzt aus, unsere aktuelle, immer noch andauernde populistische Welle an und versuche einige der Tipps und Tricks zu sehen, die diese Populisten heute verwenden, die direkt aus dem Handbuch der Diktatoren der Geschichte kommen. Ja, das liest sich auch wirklich sehr, sehr gut, obwohl man wirklich bei manchen Leuten dann doch nochmal darauf hinweisen sollte, die brauchen einen Ironiedetektor. Also der muss funktionieren. Ja, das ist auch gerade noch ein bisschen der Kampf, wo ich dann sicherstellen muss, dass auch das Cover zum Beispiel das dann ganz möglichst deutlich auch rüberbringt und so. Aber klar, ich bin in dem Buch dann auch, die Leute werden dann, was bei mir sonst unüblich ist, per sie angesprochen, wie in so einem richtigen Handbuch. Sie können das machen, sie sollten das machen. Sie sind der große Diktator von morgen. Das ist ein bisschen Ironie, das muss man mitbringen, das stimmt. Ja, aber am Ende wird es dann doch auch aufgeklärt. Das ist schon mein Ziel, dass da ein bisschen ein aus der Rolle fallen gegen Ende wird. Wird es dann schon geben. Und tatsächlich auch ein Stück weit wirklich eine ernste Auseinandersetzung mit dem, was einen Diktator oder einen Populisten ausmacht, wie er tickt und wie er vorgeht. Also insofern ist das wirklich informativ und ein wichtiges Projekt. Aber vielleicht greifen wir mal einmal schon eine Frage auf, die wir uns natürlich notiert haben, während wir dann die Leseprobe, die wir von dir langsamerweise erhalten haben, durchgeschaut haben. Was hat dich denn bewegt, den satirischen Ansatz zu wählen? Denn beim Lesen, man schluckt schon ein bisschen, weil zumindest in der Leseprobe, die du uns geschickt hast, war es ja schon so, dass ganz klar gesagt, sie wollen Diktator werden, dann machen sie es doch wie Diktator XY, von dem man dann weiß, was der ja für Gräueltaten auch zum Teil gemacht hat. Und dann machen sie das so und so und so. Das wirkt alles sehr lustig, aber das Thema ist ja gar nicht lustig. Warum hast du ausgerechnet diesen Ansatz gewählt? Ja, das ist schon eine angebrachte Frage. Verstehe ich auch. Ich hoffe, dass es im Gesamten im Buch dann trotzdem das Satirische dann auch immer recht klar zum Vorschein kommt. Aber klar, ist etwas, wo man mal kritisch hinterfragen kann, dass das notwendig ist. Meine Beweggründe waren in erster Linie mal das, dass ich das Buch ja, ich möchte das unterhaltsam erzählen und ich möchte aber über die Geschichte sprechen. Und ich habe mir dann überlegt, wie kann ich da jetzt einen Angriffspunkt finden, wo ich von heute, von der heutigen Situation, von der politischen Situation einen Einstiegspunkt finde, wo ich dann auf eine wahrnene und trotzdem unterhaltsame Art über Diktatoren und ihre Methoden sprechen kann. Und bin dann irgendwann bei der Idee gelandet, hey, warum nicht einfach so eine Handlungsanweisung? Und das ist etwas, was sich so durchzieht. Also es werden 14 Kapitel mit 14 Methoden sein. Am Anfang ist genau, was du jetzt beschrieben hast, Alexander, da wird es immer dann so einen Punkt geben. Sie wollen das erreichen. Das ist eine Methode, die sie auf jeden Fall verinnerlichen müssen. Aber dann wird in jedem Kapitel, wird es Geschichten geben von Diktatoren aus der Geschichte, die dann sehr erzählend auch wieder sind. Wo halt dann ein bisschen diese Ebene verlassen wird. Es wird nicht aufgelöst, das nicht, aber ich erzähle dann eben aus den Lebensgeschichten der jeweiligen Personen. Und das soll dann schon einfach so ein Stimmungsbild vielleicht auch erzeugen, wo die Leute sich oder hoffentlich zumindest erinnert fühlen hier und da an etwas, was jetzt gerade vielleicht auch abgeht. Ich will jetzt auch nicht da die Riesenalarmglocke schlagen. Ich vergleiche da jetzt nicht einen Donald Trump mit Hitler. Darum geht es auch nicht. Aber es geht mir halt darum zu zeigen, dass auch jemand in den 20er, 30er oder 50er Jahren, der dann später ein großer Diktator wurde, hat ja auch irgendwo begonnen. Und die Methoden, wenn auch nicht immer und überall, waren teilweise erschreckend ähnlich. Und das glaube ich, dass ich auf die Art mit einem bissigen Funken Humor und eben dieser Handlungsanweisung gut machen kann. Und das hat für mich irgendwie einen Reiz auch ausgemacht an dem Ganzen. Greifst du dir dann tatsächlich in deinem Buch eher die Menschen heraus, die tatsächlich schon den Weg ein gutes Stück gegangen sind? Oder setzt du eventuell, ich muss jetzt natürlich an die AfD denken, auch früher an? Also wenn man sich manche Personen in der AfD anschaut, da erkennt man ja dann durchaus auch Ansätze von solchem Verhalten. Würdest du auf sowas auch eingehen oder eher dann doch die Beispiele aus der Geschichte nehmen, wo das quasi schon diese Methode voll entwickelt war? Ja, das ist eine Gratwanderung. Ich erwähne die AfD immer wieder in dem Buch. Ich versuche mich namentlich ein bisschen zurückzuhalten, weil man sich ja doch auch angreifbar macht. Ich spreche aber sehr viel über Personen, die meiner Meinung nach heute da schon ein gutes Stück des Weges hinter sich haben. Vor allem Viktor Orban ist eine Person, die sehr oft von mir da auch erwähnt wird, weil ich finde Ungarn in den, ich habe da auch einen Bezug dazu, muss man dazu sagen, ich habe in Ungarn studiert. In den letzten, seit er an der Macht ist, was sind es jetzt, neun, zehn Jahre, sehr vieles von dem durchgemacht hat, was klassische Diktaturen in Europa der 20er, 30er Jahre auf dem Weg zu diesen Diktaturen eben auch mitgemacht haben, was Sachen wie die Kontrolle der Medien angeht oder auch andere Beispiele. Das mache ich schon sehr deutlich. Ich versuche, das schon konkret zu halten mit der Einschränkung, dass ich jetzt Namen von einzelnen Politikern gerade in Deutschland eher vermeide, weil ich da eben auch nicht unnötig bin. Man weiß, die AfD klagt gerne und muss dann vielleicht auch nicht sein, aber ich glaube, es ist dann am Ende den Leuten schon klar, wenn man dieses Buch gelesen hat, wen ich dann wahrscheinlich meine und das soll ja auch so sein. Vielleicht noch eine kurze Frage, die mir jetzt gerade erst so durch den Kopf geschossen ist, weil du gerade auch das Beispiel Ungarn und Orban erwähnt hast und erst recht, wenn du da einen persönlichen Bezug auch hast dazu. In deinem Buch hast du da eher ja so die humoristische Variante und den humoristischen Ansatz gewählt, aber macht dich das manchmal auch einfach traurig, wenn du in den Nachrichten liest, welche demokratischen Errungenschaften schon wieder eingestampft wurden und wie da die aktuelle Entwicklung aussieht? Ja, klar. Ich glaube, da geht es vielen von uns ja ähnlich. Es ist irgendwo dazwischen. Es ist einerseits natürlich Trauer, andererseits aber ist es inzwischen halt auch so wenig überraschend. Es ist, wenn man Nachrichten aus Ungarn hört, ähnlich wie wenn man sich Pressemeldungen über irgendwelche neuen Zitate von Donald Trump oder so anhört, dass man sich jetzt Desinfektionsmittel injizieren soll. Es ist so tragisch, wie es wenig überraschend ist. Ja, ja. Und jetzt auch als in Ungarn jetzt im Zuge der Corona-Krise, wo wir ja jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade mittendrin sind, gleich als erstes wieder Meldungen kommen, dass er de facto das Parlament ausschaltet, dann ist das natürlich traurig. Aber es ist auch leider echt nichts mehr, wo ich ein sonderbar großes Maß an Überraschung noch aufbringen kann. Man wird ja auch ein bisschen zynisch. Ich kann mich da leider auch nicht ausnehmen. Und es ist etwas, was zur traurigen Normalität irgendwo auch geworden ist, was ja dann auch ein Grund ist, warum mich das Thema so weit umgetrieben hat, dass ich da jetzt ein Buch draus mache. Spielt ja alles irgendwo mit rein, nehme ich mal an. Jetzt haben wir gerade schon über die aktuelle Situation in Ungarn, also aktuell 2020, sagen wir es nochmal. Wir haben über die AfD in Deutschland gesprochen. Wir haben Donald Trump beim Namen gesagt. Also alles aktuelle Dinge, die ja dich auch bewegen, wie du gerade beschrieben hast. Aber jetzt bist du ja Historiker, haben wir ja gerade ausführlich dargestellt. Warum beschäftigt sich denn ein Historiker jetzt mit diesem Thema Populismus? Und was bringt denn überhaupt der Blick zurück, wenn das hier und jetzt doch schon so schrecklich ist? Das ist die Antwort, die ich gefühlt immer gebe, wenn irgendjemand nach dem Sinn von Geschichte fragt. Kontext. Es ist immer Kontext. Und es soll uns ja auch irgendwie einen neuen Blick und vielleicht auch eine Lehre bieten, wobei ich da ein bisschen kritisch bin. Wir Menschen sind offensichtlich nicht so gut im Lernen aus der Geschichte leider. Oder zumindest nur selten. Aber es ist für mich, gerade bei so einem Buch, wenn man, also ich befasse mich mit den letzten 100 Jahren, kann man sagen. Also die großen Diktatoren, über die ich spreche in dem Buch sind ab Ende des Ersten Weltkriegs dann bis zum Mauerfall. Das ist so ungefähr der Zeitrahmen. Und das ist eine Zeit, die uns heute sehr fern wirkt. Und trotzdem de facto ja nicht lange her ist. Die Welt war in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich zu dem, wie sie heute ist. Oder das tägliche Leben der Menschen war in vielerlei Hinsicht in den 20er Jahren nicht so anders wie heute. Und wenn man dann mal ganz konkret reingeht und mal über eben solche Methoden spricht, wie das vielleicht auch damals angefangen hat, man muss nicht immer gleich mit den großen Beispielen Hitler-Stalin kommen. Wenn man zum Beispiel über Miklos Horthy redet, um beim ungarischen Beispiel zu bleiben. Der war Reichsverweser in Ungarn, ein furchtbarer Titel. De facto Diktator von 1920 bis 1944. Und da waren auch am Anfang natürlich ganz gewisse Maßnahmen nicht so unähnlich wie heute. Es wurde diskutiert über Medientensur. Es wurde auch durchgezogen. Dann gab es, was es heute zum Glück gerade nicht gibt, aber Forderungen doch, numerus clausus Gesetze zum Beispiel, dass gewisse Bevölkerungsgruppen, damals waren es die Juden, heute wären es vielleicht, wenn das in Deutschland geschehen würde, die Ausländer, die Migranten, wer auch immer. Diese Grundideen, diese Grundtendenzen haben sich nicht so großartig verändert. Für die Leute damals hat das auch alles erstmal nicht so tragisch gewirkt. Und das ist eben für mich der große Wert, da von einer historischen Perspektive reinzugehen, dass man auch sich mal versuchen kann, reinzuversetzen, wie das damals war. Weil die Menschen, wir Menschen neigen immer dazu zu glauben, ja, so schlimm wird es nicht werden. Und bei uns ist das sicher anders. Das sind so zwei Reflexe. Das kann uns nicht mehr passieren, ja. Wie genau das scheint, sorry, ja bitte. Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich hatte nur den Gedanken, auch in der Leseprobe, die wir hatten, dass du nochmal beschreibst, dass dieser Nationalismusgedanke, du hast gesagt, für den Einzelnen wirkt das ja alles nicht so schlimm. So funktioniert es als Mechanismus heute und du beschreibst es auch wie dieser Gedanke des Nationalismus, also wir und die und davon unabhängig, welche Menschengruppe man denn jetzt gerade ausgrenzen möchte, das sei mal dahingestellt, aber es ist ja eigentlich immer so dieses Schema wir gegen die. Du beschreibst, und das fand ich ganz interessant, dass das eigentlich ein relativ neues Konzept ist, dieser Nationalismus und dass es denen im Mittelalter gar nicht gegeben hat. Und ich glaube, wenn ich es richtig auf die Reihe bekomme, sagst du, wenn man einen Bauer im Mittelalter gefragt hätte, welche Nationalität hast du, dann hätte einem der leer angeschaut. Magst du das nochmal aufzeichnen, wie dieser Nationalismus, der ja heute so ein Grundproblem zu sein scheint, eher ein wirklich neues Phänomen ist? Ja, ja, gern. Ist ein großes Thema natürlich, ich versuche es mal möglichst kurz zusammenzufassen. Nation hatte im Mittelalter keine Bedeutung, also das Wort hatte eine Bedeutung, das hat ja etwas mit Klasse zu tun, also eine Nation war ein Standesvertreter, ist etwas ganz anderes. Da könnte man dann über die Nation der Kleriker oder was auch immer reden, aber das ist etwas ganz anderes. Und Zugehörigkeit war ja damals ein ganz anderes Thema. Also der Bauer auf dem Feld ist natürlich dann immer so ein plakatives Beispiel, der hat im Normalfall nicht viel mehr als ein paar Quadratkilometer um seine Scholle etwas gekannt. Man hat sich dann dem Dorf zugehörig gefühlt und man wusste noch, wer der Herrscher ist. Und wahrscheinlich kannte man schon den König nicht mehr so wirklich, sondern nur den lokalen Grafen oder so. Das war halt natürlich eine ganz andere Welt. Und der Nationalismus kommt ja erst im 19. Jahrhundert so richtig auf die Bühne. Kann man lange darüber diskutieren, wo das herkommt, ist ideengeschichtlich immer schwer zu sagen sowas. Ist aber sicher in irgendeiner Form auch eine Reaktion darauf, dass eben die alten Legitimationen für staatliche Herrschaft nicht mehr so funktioniert haben nach der Französischen Revolution. So das klassische Kirche und Staat halten quasi die gesamte Gesellschaft aufgrund ihres göttlichen Anspruchs quasi unter Kontrolle. Das hat halt so nicht mehr funktioniert. Und es hat sich dann irgendwann, auch natürlich mit viel Vorarbeit schon davor auf intellektueller Ebene, diese Idee der Nation da irgendwo rausentwickelt, wo man dann zumeist sprachliche Grenzen gezogen hat. Nicht immer konnte er auch mal religiös sein. Und das ist wirklich etwas, was wir in dem Sinne erst seit dem 19. Jahrhundert wirklich haben. Und in seiner extremen Ausformung, dass die gesamte Welt de facto Nationalstaaten sind, das ist erst seit dem späten 19. und dann in Wirklichkeit im großen Stil nach dem Ersten Weltkrieg erst so. Heute ist es für uns so vollkommen normal, man lebt in einem Nationalstaat und es gibt auf der Welt ganz wenige, wenn überhaupt, Länder, die nicht ein Nationalstaat sind. Bei Indien könnte man darüber diskutieren, das fällt mir jetzt ein, aber de facto versteht sich fast jedes Land als Nationalstaat. Und das hat natürlich unfassbar viele Probleme, weil man dann immer auch eben, was du gesagt hast, Alexander, wir und die anderen hat automatisch. Man ist entweder Teil des Staates oder nicht. Vorher war das so, dass man Teil des Staates war, wenn man einen Fürsten über sich hatte oder zu einer örtlichen Kirche gegangen ist. Ist halt heute nicht mehr so und jetzt muss man plötzlich eben über Sprache oder Staatsbürgerschaft in einem besseren Fall zumindest oder irgendwas das halt definieren. Es ist ja auch immer die Frage, was für die betreffenden Menschen in dem Augenblick identitätsstiftend ist. Ist es der Stand? Ist es der Staat? Und wenn da natürlich so sich die Prämissen dann ändern, dann hat man natürlich auch einen starken Wandel in der Identität des Betreffenden oder der betreffenden Bürger. Das ist dann natürlich auch nochmal so eine Wahrnehmung, die sich da verschiebt. Und so verschieben sich dann natürlich auch die Einflüsse und die Faktoren, die bedrohlich sozusagen wirken. Also du bist in einem Nationalstaat oder sagen wir mal so als angehender Diktator oder Nationalist brauchst du natürlich auch Feindbilder. Und die Frage ist dann, wo holst du sie dir her? Und was setzt du sozusagen den Leuten vor, was man als Feindbild hernehmen könnte? Und die Frage, die mich umgetrieben hat, nachdem ich das durchdrungen hatte durch deine Leseprobe, Ralf, war die Frage, waren die Menschen früher Nationalismus überhaupt zugetan? Oder hat man ihnen das quasi als guter Diktator erfolgreich beigepult? Denn spätestens seit dem Ersten Weltkrieg ist ja dieses Thema des Nationalismus überhaupt nicht mehr wegzudenken. Man hat es mit dem Vereinigten Europa dann irgendwann eine ganze Zeit relativ gut hinbekommen. Und genau dagegen wird ja aktuell von populistischer Seite wieder auch gearbeitet. Also die Frage, die du mir auch nicht beantworten kannst, aber die mich gerade tatsächlich umtreibt, ist, ist der Mensch denn in sich nationalistisch? Oder hat er das einfach nur extrem gut beigebracht bekommen, so zu denken? Dazu hat mich der Buch jetzt schon gebracht und ich würde gerne weiterlesen. Das hast du jetzt davon. Genau. Ja, da sind wir schon, ja. Ich schicke es euch dann gerne. Aber hast du den Gedanken auch gehabt? Oder bin ich jetzt so völlig aus der Art geschlagen, dass mich dieser Punkt so fuchst gerade? Nee, nee, finde ich spannend. Damit habe ich mich jetzt in dem Buch, muss ich dich vielleicht enttäuschen, gar nicht mehr so tiefgehend dann befasst. Aber die Frage ist halt, ja, ist echt eine schwierige. Ich finde, es klingt zwar plakativ, wenn man sagt, wir haben es beigebracht bekommen. Aber ich glaube trotzdem, dass das im Kern stimmt, weil wie so vieles oder eigentlich wie fast alles in der Welt ist auch die Idee des Nationalismus, parallel könnte man jetzt den Sozialismus oder was auch immer auch nehmen, immer zuerst mal natürlich ein Elitenprojekt gewesen. Und das war im 19. Jahrhundert sehr stark der Fall. Da hatte man so auf zwei Seiten grob, ich vereinfache wahrscheinlich wieder sehr viel, aber man hatte mal grob auf der einen Seite die Kulturromantiker in irgendeiner Form. Da würden jetzt in Deutschland die Brüder Grimm zum Beispiel darunter fallen, auch viele andere, die sich mit Sprache befasst haben, die sich indirekt dann natürlich schon auch mit Kultur und Zugehörigkeit befasst haben. Und auf der anderen Seite haben wir Politiker, die, und da kommen wir jetzt zurück zum anderen Thema, in einer Zeit, in der Zugehörigkeit und Legitimation für ein Staatsgebilde sehr gewackelt hat nach den napoleonischen Kriegen oder nach der französischen Revolution auch, dass neue Wege gesucht haben, dieses Gemeinwesen irgendwie zusammenzuhalten. Und das ist etwas, was sicher nicht unausweichlich war oder notwendig war. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man das auch anders hätte lösen können, dass es sicher andere Möglichkeiten gegeben hätte. Das wissen wir heute halt nicht, weil diese Idee der Nation so unfassbar durchsetzungsfähig war. Und da hast du jetzt recht, ich kann dir keine Antwort geben, warum das so ist. Es ist etwas, was gewachsen ist, ursprünglich nur in sehr philosophisch-intellektuellen Kreisen unter Schriftstellern, dann unter Politikern. Und irgendwann wurde es zu einer staatlichen Realität. Und ich schätze, wenn Menschen lang genug in einer Realität leben, dann akzeptiert man das wohl auch zu einem gewissen Maß. Und es wirkt ja wie die absolute Normalität, in einem Nationalstaat zu leben. Und dass es eben diese anderen gibt, auch wenn man das nicht laut aussprechen muss. Und inzwischen ist es halt doch eine Sache, die seit vier, fünf, sechs, je nachdem wo man lebt, Generationen, absolut normal ist. Ich finde, da steckt ein ganz interessanter Gedanke auch drin in dem, was du gesagt hast. Also viele, aber einer ganz besonders, der mich gerade anspringt. Dieses Herstellen einer Normalität. Das heißt also, du erstmal, also ich blicke jetzt auch auf Möchtegern-Diktatoren, du strebst eine gewisse Veränderung an. Also du wendest da deine Methoden an und versuchst dann aber wieder, nachdem du da Veränderungen bewirkt hast zu deinen Gunsten, auch wieder eine gewisse Normalität herzustellen, an die sich die Menschen dann gewöhnen können oder einfach es tatsächlich tun. Und ich denke da auch gerade jetzt zum Beispiel an die USA, wo ja am Anfang wirklich alle gedacht haben, irgendwie sie fallen aus allen Wolken, als Trump tatsächlich gewählt wurde. Und natürlich gibt es immer Stimmen, die ihm Widerspruch entgegenschleudern und die entsetzt sind bei allem, was er sagt. Aber du hast trotzdem das Gefühl, so die letzten vier Jahre so in der, in Gänze ist das Land doch in einer gewissen Schockstarre und versucht sich mehr oder weniger auf kreative Art und Weise mit diesen Verhältnissen zu arrangieren, oder? Würde ich auch so sehen, ja. Normalität ist halt, ich weiß nicht, ob das so eine Grundkonstante ist. Ich schätze auch, dass jeder Herrscher, ob das jetzt vorher ein König war oder ob das ein Diktator ist oder theoretisch natürlich auch in einem demokratischen System, ein Interesse daran hat, eine Normalität zu haben. Klar, das sind Normen, regelgetriebene Abläufe, die natürlich für einen Staat interessant sind zu haben, ist klar. Aber die Frage ist, was die Zeiträume dann sind. Und gut, Trump, da sind wir jetzt vier Jahre knapp drin oder nicht wirklich, drei Jahre und ein bisschen was. Da würde ich dir zustimmen, wirklich normal wirkt das nicht. Wobei ich muss auch sagen, da mag jemand, der in den USA lebt, das vielleicht anders empfinden. Ich glaube aber auch nicht, dass es immer noch der gleiche Schock ist wie damals. Ich glaube, die Schockstarre löst sich schon ein bisschen und man lebt zwar nicht damit, aber es wird inzwischen, ist es ja schon irgendwo so, dass ein Präsident Trump nicht mehr vollkommen irrsinn ist, sondern es ist eine Realität, mit der die Leute leben müssen, auch wenn sie es nicht mögen. Und in dem Sinne tut sich da ja schon was, ist aber natürlich schon was anderes, weil natürlich der Staat selbst in den USA sich durch einen neuen Präsidenten zumindest bisher nicht in seiner kompletten Art verändert hat. Das ist ja, wenn man jetzt von dem klassischen Putsch oder sowas redet, schon noch was anderes. Ja, das ist eine schleichende Entwicklung, die ja auch nicht mit Trump erst angefangen hat. Genau, eben, richtig. Da hat man vorher die Auseinanderentwicklung der Parteien, da kann man jetzt lange drüber reden und sicher auch über die Republikaner mal sprechen. Aber das ist eben ein Prozess, der hält immer noch an, hat auch davor schon länger gewirkt und es gab halt dann diesen großen Moment im November 2016. Das ist eine Sache. Ich glaube, wenn wir jetzt aber wirklich über Diktatoren sprechen und da ganz klassisch eben Militärputsch oder auch zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg in den später dann sozialistischen Staaten in Osteuropa, Ungarn, Tschechoslowakei, was auch immer. Dort haben wir ja wirklich eine Phase, wo dann auch die jeweiligen neuen Machthaber, die jetzt da dann plötzlich auftauchen, ein aktives Interesse daran haben, eine neue Normalität herzustellen. Und das ist ja, glaube ich, dann auch das große Ziel und damit ist der erste Sieg schon erreicht, wenn man das schafft, wenn man es schafft, nicht mehr als die Ausnahme zu wirken, sondern als die Normalität. Und das ist die große Hürde. Das ist etwas, was in vielen Gesellschaften nicht stattfindet. Das sind gerade so Länder, wo es halt einfach sehr oft zum Beispiel einen Militärputsch gibt, Lateinamerika oder Türkei oder so, wo diese Normalität sehr oft ins Wanken geraten ist in den letzten Jahrzehnten oder halt vielleicht auch gar nicht existiert hat. Anderswo wiederum hat sich sowas halt auch durchgesetzt. Da ist jetzt Nazi-Deutschland ein gutes Beispiel, wo 1933, das ja immer noch mehr oder weniger ein demokratischer Staat war, dann de facto nicht ganz über Nacht, aber sehr schnell nicht mehr. Und diese Normalität hat niemanden großartig gestört, diese neue. Und das ist der größte Sieg, den man als frischer Herrscher-Diktator für sich gewinnen kann. Klar. Vielleicht will ich ganz kurz einschieben, bevor das dann hier ausführlich kommentiert wird und mir noch auch zum Vorwurf gemacht werden, dass ich das als Psychologe nicht wüsste. Natürlich haben wir hier ganz klassische sozialpsychologische Phänomene, die hier natürlich auch greifen. Das Wir-und-die-Gefühl kann man, wenn man dann jetzt sogar noch in die Evolutionspsychologie hineingehen möchte. Da bin ich nur bedingt ein Freund von, aber gewisse Aspekte sind da ganz interessant. Hast du ja schon bei Stammesgruppen auch gehabt natürlich. Da gab es wir und die und da ging es darum, wer hat das Essen und wenn die das Essen hatten und wir nicht, dann waren das zwar auch Menschen, die in einer ähnlichen Scholle gelebt haben, aber wenn ich das Essen haben wollte, war ich denen jetzt nicht mehr so freundlich gesonnen. Also natürlich gibt es diese sozialpsychologische In-Group-Out-Group-Differenzierung immer schon und man fühlte sich mit Menschen, die einem ähnlicher sind, immer mehr verbunden als mit Menschen, wo man größere Unterschiede wahrgenommen hat. Aber das funktioniert ja eben auch nur bedingt und gerade so ein Gefüge Staat oder Nationen, so wie wir es heute verstehen, das ist ja ausgeschrieben, ist halt sehr, sehr abstrakt. Und dass das offensichtlich in diesen In-Group-Out-Group-Aspekt mit hineinspielen kann, finde ich halt auch interessant. Weil ich kann mich ja eigentlich gar nicht mit einem, also ich könnte es nicht, natürlich können das Menschen aber mit einem Land verbunden fühlen und dann suche ich mir aber trotzdem wieder aus, wer in dem Land jetzt mir entspricht und nicht. Also da kommen wir schon an die Grenzen von Populisten auch dran. Ja, ja, absolut. Das ist ja genau das Problem. Also ich wollte es nur einmal angesprochen haben, weil sonst kommentiert wieder jemand sagt, warum weißt du das nicht? Weiß ich schon. Sorry. Aber trotzdem ist es faszinierend, dass es auf diesem Niveau, auf dieser Größenordnung so gut funktioniert scheinbar aktuell. Ja klar, weil die Idee, wenn du jetzt auf Stammesgesellschaften zurückgehst, stimmt das sicherlich, aber es skaliert ja furchtbar schlecht. Ja, genau. Das ist ja die große, ich glaube es ist ein Zitat von Benedict Anderson, was man sowieso mal empfehlen kann. Ist jetzt nicht das Thema unbedingt, Diktatoren, aber wenn man sich mit Nationalismus beschäftigen will, Imagined Communities, gibt es glaube ich auch auf Deutsch. Ist ein sehr gutes Buch von einem, ich weiß gar nicht, ob er Historiker war oder Sozialwissenschaftler. Und er hat eben auch gesagt, die Absolutität dieser Zugehörigkeit in einer modernen Nation ist ja die, dass man sich einer Gruppe zugehörig fühlt, von denen man die absolute Mehrheit, 99,999 Prozent, niemals treffen wird. Ja, genau. Und das ist es eben, was es unterscheidet von einer viel kleineren Gruppe. Und da fehlt dann diese ganz einfache Erklärung. Ja, so sind die Menschen halt ein bisschen zusammen, ohne jetzt psychologisieren zu wollen. Ich hatte wirklich keine Ahnung. Aber es ist für mich schon offensichtlich, dass die Erklärung dann zu kurz greift. Oder man muss als Diktator ein bisschen nachhelfen. Ja, oder man muss halt ein bisschen nachhelfen. Und da kommen dann eben so Feindbilder rein, die genauso kollektivierend sind wie die Nation. Die Ausländer, die Muslime, die Juden, wer auch immer. Und dann plötzlich hat man da zwei ganz abstrakte Gruppen. Und das kann man den Leuten trotzdem erzählen, wenn man schon so lange über das abstrakte Wir gesprochen hat, dass auch das abstrakte die anderen kein Problem mehr darzustellen scheint, sich vorzustellen. Und das ist ja, wo dann die große Gefahr kommt. Und das ist die Grundlage der allermeisten Diktaturen. Du hast in dem Teil, den wir freundlicherweise schon anlesen durften, deines geplanten Buches, davon gesprochen, dass solche Diktatoren, Populisten dann auf ihrem Weg zur Macht auch anfangen, Geschichte zu konstruieren. Das finde ich eigentlich auch nochmal, also natürlich, bitte, liebe Hörer da draußen, unterstützt das Buch und lest es dann. Aber vielleicht, um das schon mal ein bisschen anzuteasern, weil ich das auch wahnsinnig spannend finde als Punkt, sozusagen sich die Geschichte zunutze zu machen und sie zu eigenen Gunsten umzuformen oder nachzukonstruieren oder nachzubessern, fand ich ganz interessant. Ja, das spielt ja in ganz viele dieser Sachen rein, die wir jetzt schon besprochen haben. Die Geschichte einerseits bezieht man sich da natürlich auf ganz klassische nationalistische Motive, das ist etwas, was da ganz häufig ist, wo man halt Elemente hernimmt, ob das ein Nationsmythos ist oder irgendwelche Nationalhelden oder solche Dinge und versucht, die zu vereinnahmen für das eigene Regime. Was oft jetzt vielleicht nicht ganz so offensichtlich ist, so ein ganz gutes Beispiel dafür ist vielleicht etwas weniger bekannt, aber umso interessanter ist Enver Hoca, der Diktator Albaniens nach dem Zweiten Weltkrieg, der ein mit Nordkorea in vielerlei Hinsicht vergleichbares Regime aufgezogen hat, sagen wir es mal so, die härteste Diktatur Europas. Und der hat es trotzdem dann von Anbeginn für wichtiger achtet, den großen Nationalhelden Albaniens, Skanderbeck, der aus dem, ich glaube, 15. Jahrhundert stammt und damals gegen die Osmanen gekämpft hat, also ein klassisch nationalistisches Motiv eigentlich, umzumünzen für die kommunistische Sache. Solche Dinge sind wichtig, weil man versucht damit eben, ja, da kommen wir ins andere Thema rein, Normalität herzustellen. Damit suggeriert man, es ist ja nicht alles radikal anders. Wir sind immer noch das gleiche Staatsgebilde und nur halt jetzt in Rot oder was auch immer. Und da ist die Geschichte enorm wichtig, weil es Normalität, Kontinuität, Nationalismus, ganz viele der Punkte, die halt für ein ruhiges Volk wichtig sind, werden dadurch leichter gemacht. Und natürlich, das geht noch viel weiter, auch die Feindbilder kann man natürlich historisch super legitimieren, wenn man über die Erbfeinde spricht. Ob man in Deutschland jetzt zum Glück nicht mehr, aber lange hat man nur das Wort Frankreich sagen müssen und jeder wusste, was abgeht. Am Balkan ist das noch immer sehr präsent zum Beispiel. Und ja, da bietet sich die Geschichte für so einen Alleinherrscher schon natürlich sehr stark an. Und das ist etwas, was ich an der Geschichte zwar sehr schätze und liebe, dass man sie von sehr vielen verschiedenen Winkeln betrachten kann und sehr unterschiedlich auch bewerten kann. Aber natürlich öffnet es auch für Leute, die eben ein gewisses Bild des Staates präsentieren wollen, Möglichkeiten da, die Geschichte auch zu verfälschen. Weil man findet immer eine Möglichkeit, das so und so darzustellen. Genau, Geschichte verfälschen oder relativieren, dafür haben wir hier in Deutschland ja auch so ein paar Beispiele aus der jüngsten Zeit. Ja, leider nicht nur, aber gerade jetzt wieder, ja, richtig. Wenn man jetzt das so hört und auch ein Stück weit schon gelesen hast, dann drängt sich die Frage auf, sind denn deiner Meinung nach die Populisten zu allen Zeiten gleich gewesen? Also im Sinne von den Werkzeugen, die sie benutzt haben? Ja und nein. Ich will nicht abstreiten, dass jede Zeit anders ist. Also das ist schon wichtig, dass man das auch natürlich immer wieder erwähnt. Ich will nicht behaupten, dass wir heute in einer Zeit leben, die mit den 1930ern eins zu eins vergleichbar sind. Ist ja natürlich nicht so. Ich glaube, dass einerseits der Menschentyp Populist sich nicht großartig verändert hat. Das sind sehr oft eben, also ich will jetzt nicht psychologische Ferndiagnosen machen, aber es ist halt ein gewisser Typ Mensch, der halt meist ein sehr autoritäres Weltbild mitbringt und möglichst viel Kontrolle und Macht will. Das sind erstmal vergleichbare Menschen, würde ich behaupten, wo auch heutige Populisten meistens in dieser Kerbe schlagen. Und auf der anderen Seite sind die Methoden zu einem großen Teil halt schon gleich und ich gehe die im Buch ja in so einer chronologischen Reihenfolge durch, also der erste Schritt, was macht man als erstes, das sind die Feindbilder und was macht man danach und so weiter und so fort, bis man dann eben die Macht erlangt und gesichert hat. Und die sind, natürlich haben sich die immer wieder mal verändert, aber die Grundlogik ist immer noch die gleiche. Um jetzt so ein paar Beispiele zu nennen, Feindbilder haben wir angesprochen, man will Krisen schüren, das ist auch etwas, was immer schon vorgeherrscht hat, weil um eine neue Normalität aufzubauen oder zu erreichen oder einen Staatsstreich zu erreichen, muss man ja erstmal die alte delegitimieren. Das macht man, indem man Krisen aufbläst. Das haben wir mit der AfD gesehen, mit der Flüchtlingskrise, das ist aber immer schon so gewesen. Also ein Populist oder vielleicht auch ein werdender Diktator hat immer ein Interesse daran, das jetzige Staatssystem zu dominieren. Klar, und da spielen Krisen eine Riesenrolle, die man halt dann auch gern mal künstlich erzeugt oder zumindest enorm aufbläst. Das spielt ja auch wieder mit allem anderen zusammen. Das sind auch wieder die Feindbilder und wir und die anderen. Also ich glaube schon, dass sich sehr vieles ist gleich geblieben. Vieles hat sich auch verändert, aber dann meistens nur in Form, nicht unbedingt in Inhalt. Propaganda ist heute sicher was anderes als in den 30er Jahren. Aber eine Version der Geschichte zu erzählen und damit zu versuchen, die Leute zu beeinflussen, das spielt heute genauso eine Rolle, wie es unter Goebbels eine Rolle gespielt hat. Das ist halt nur natürlich eine andere Art, dasselbe zu erreichen. Und deswegen glaube ich, auch wenn nicht 100 Prozent der Methoden in dem Buch heute eins zu eins so genutzt werden von den Populisten, es sind schon viele Trends gleichgeblieben. Dann daran anschließend die Frage, bedeutet das also auch, dass es heute leicht oder genauso leicht oder genauso schwer ist, Diktator zu werden wie früher? Oder ist da auch sozusagen eine unterschiedliche Schwelle zu überwinden? Du hast jetzt ja das Handbuch dafür geschrieben. Du bist jetzt ja der neue Beratgeber für Diktatoren. Volkshochschulkurse folgen wahrscheinlich. Ja, natürlich. Betonung auf Volk. Da will ich mal Optimist, also da bin ich schon Optimist. Ich glaube, zumindest in Europa ist es heute deutlich schwerer, als das in den 20er und 30er Jahren war. Und zumindest in demokratischen Systemen, und es gibt natürlich Ausnahmen, kommen wir gleich dazu, aber in Deutschland jetzt klassisch oder eben in Frankreich, Großbritannien, wo auch immer, ist es heute, glaube ich, sehr schwer tatsächlich Diktator zu werden. Ich will nicht sagen unmöglich, weil man darf sich auf keinen Fall auch da zurücklehnen und hoffen, das kommt nicht wieder. Das ist wieder dieser Bias, bei dem wir waren. Aber ich glaube, wir sind heute als Gesellschaft schon an einem anderen Punkt. In den 20er und 30ern war vieles noch, was das demokratische System angeht, sehr frisch, sehr instabil und konnte auch noch viel leichter, glaube ich, ins Wanken gebracht werden als heute. Aber das heißt ja nicht, dass es unmöglich ist. Anderswo auf der Welt würde ich das aber dann schon eine andere Antwort finden. Ich glaube, dass es immer noch Staaten gibt, in denen es relativ, ja, zumindest nicht deutlich schwerer ist, als noch vor einigen Jahrzehnten die Macht zu erlangen. Die Türkei ist so ein Beispiel, wo wir mit Erdogan ja auch so eine Entwicklung sehen. Gut, Erdogan ist anders, als es vielleicht in der Vergangenheit war, aber die Türkei hatte in ihrer Geschichte, die ja auch noch nicht mal 100 Jahre alt ist, 1923, es waren vier erfolgreiche Militärputsche und zig Versuchte. Also da ist ständig wieder das Militär gekommen, hat den Staat quasi neu geordnet. Da war nie eine große Stabilität da und Erdogan auf einem anderen Weg nutzt ja auch genau das jetzt wieder aus. Lateinamerika gibt es natürlich schon auch, Venezuela oder solche Staaten, wo es sicher auch noch heute nicht sonderlich schwierig ist, für gewisse Angehörige des Militärs da in irgendeine Position wieder zu kommen. Aber ich glaube, ja, auch hier, ich will jetzt nicht komplett drüber fahren und mit einem breiten Pinsel das irgendwie alles gleich malen, hängt glaube ich sehr davon ab. Ich glaube auch, dass ein Diktator oder eine Diktatur heute nicht das gleiche ist wie eine Diktatur vor 70 Jahren. Das wird anders aussehen. Wir sehen es ja in Staaten, die ich als Diktatur bezeichnen würde, Weißrussland, eigentlich auch Russland, China, sieht man ja, dass es nicht so zugeht, wie es in der Sowjetunion oder so zugegangen ist. Das ist ja doch was anderes. Es gibt wahrscheinlich in einem gewissen Maß mehr Freiheiten, als es damals gewesen wäre. Aber am Ende ändert das nichts, weil am Ende hat man ja trotzdem die eine Person oder das eine Kollektiv das alles entscheidet. Und die Unterschiede sind dann im Zweifel vielleicht gar nicht so wichtig. Aber ich hoffe, dass es zumindest bei uns nicht mehr ganz so einfach ist. Aber man muss da schon wachsam bleiben. Vielleicht das noch aufgreifend, die letzte Frage, die wir dir gerne stellen möchte. Wir haben darüber gesprochen, dass wir ja viele Muster erkennen können. Und da dann natürlich auch, um die etwas zynische Frage vom Anfang nochmal aufzugreifen, warum beschäftigt sich ein Historiker mit dem Thema? Natürlich bringt der Blick zurück immer etwas. Und man kann natürlich Dinge sich anschauen, die schon vielleicht auch nicht so gut gelaufen sind. Aber man erkennt die Muster. Und du beschreibst ja auch sehr schön die Regeln, nach denen Populismus gut funktionieren kann. Warum besteht trotzdem immer eine gute Option darauf, dass die erfolgreich sich wiederholen lassen? Also gerade ein Land, wenn wir auf die Vereinigten Staaten jetzt nochmal schauen, was ja als beleuchtendes Beispiel für Demokratie über Jahrhunderte, würde ich jetzt fast sagen, gegolten hat, verfällt zunehmend den Populismus. Und da muss man ja sagen, es ist nicht jeder Bürger in dem Land, aber das System selber neigt sich ja weniger der Demokratie mehr zu, als diesem populistischen System. Was ist dein Blick? Warum kann das überhaupt gelingen? Man würde doch sagen, je länger man Erfahrung mit urdemokratischen Verfahren hat, desto weniger Chance hat der Populismus. Und irgendwie gefühlt hat man den Eindruck, nee, eigentlich ist es genau umgedreht. Ja, das sind jetzt viele Fragen auf einmal. Vielleicht fange ich mal kurz mit dem Lernen aus der Geschichte an. Ich glaube, das ist halt für mich ein großes Mysterium, auch irgendwo traurig, aber es ist tatsächlich ja so, dass erfahrungsgemäß wir nicht allzu gut sind im Lernen aus der Geschichte. Das ist etwas, wo ich der Hoffnung und Meinung bin, dass zumindest in Bezug auf den Zweiten Weltkrieg, das in Deutschland recht gut funktioniert hat, wenn auch nicht in allen Schichten das angekommen ist, wie wir leider immer wieder feststellen. Aber es gibt ganz viele Punkte, wo sich Trends wiederholen, in die, wo wir es besser wissen müssten. Also ein klassisches Beispiel wären jetzt so neokoloniale Wirtschaftssysteme, die sich da in der Globalisierung auftun. Gibt es ja, kann man ja endlos Beispiele finden, wo man dann schon der Meinung ist, dass als Westeuropäer oder auch als Nordamerikaner man da eigentlich schon Erfahrungen mitbringt und vielleicht das eine oder andere anders machen sollte. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich glaube, ganz wichtig ist da wieder dieser Bias, den ich jetzt ein paar Mal angesprochen habe, dass es halt immer, und da bin ich mitschuldig, ich weiß nicht, Alexander, ob es da eine psychologische Erklärung gibt, wahrscheinlich gibt es da einen Ansatz, dass man halt immer glaubt, dass es anders kommen wird. Wir sind anders. Es ist nicht so, wie es früher mal war. Es wird auch nicht so schlimm werden. Und das ist, finde ich, halt sehr menschlich. Ich kenne es von mir selbst auch, auch jetzt wieder so, um ein bisschen topical zu sein und über die Corona-Krise zu reden. Da war ich auch so, als dass im Februar langsam, ach mei, so schlimm wird es ja nicht werden. Wir auch übrigens. Ja, weil, ja, der eigene Erfahrungsschatz dann auch suggeriert, dass es wahrscheinlich nicht so schlimm werden wird. Aber der eigene Erfahrungsschatz ist halt erstens limitiert, je nachdem, wie alt man ist, und zweitens dann halt auch sehr gefiltert, je nachdem, was man gelernt hat und was man davon für sich als wichtig empfunden hat. Und da glaube ich, um jetzt auf die USA zu kommen, ja, klar, die haben seit inzwischen über 200, bei 250 Jahren ein demokratisches System. Aber, ja, das heißt halt nicht, dass die populistische Option nicht trotzdem ziehen kann. Gerade vielleicht auch deswegen, weil ja sich niemand daran erinnern kann, dass es gewisse Freiheiten nicht gegeben hat. Das mag sicher reinspielen. Und andererseits, dass man halt auch glaubt, ja, wie schlimm soll es denn schon werden? Also, es gab ja gerade anfangs, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, sehr viele Trump-Wähler, die ja nur dem System als auswischen wollten. Ob die jetzt alle Trump-Anhänger wurden oder nicht, mag ich nicht beurteilen. Da spielt das sicher auch mit rein, wo man sich denkt, ja, jetzt zeige ich es denen mal, wie schlimm soll es denn schon werden? Und, ja, ich glaube, da ist kein Staat davor gefeit. Und in dem Sinne ist es auch, wenn wir jetzt wieder über Ungarn zum Beispiel sprechen, das ist ein Land, wo wir nicht weit zurückgehen müssen. In unserer Lebzeit war das noch eine kommunistische Einparteiendiktatur. Und trotzdem kann da jemand wie Viktor Orban kommen und die Demokratie de facto wieder abschaffen. Gut, vielleicht liegt es daran, dass die Demokratie nur 30 Jahre alt war oder es liegt daran, dass sich Leute vielleicht doch wieder mehr Sicherheit zurückwünschen oder was ganz anderem. Das weiß ich nicht. Aber leider bewahrt uns das Wissen über die Geschichte sehr selten davor, die gleichen Fehler wiederzumachen. Was gerade für einen Historiker natürlich ein bisschen ernüchternd ist. Aber vielleicht ist es auch deswegen umso wichtiger, solche Bücher dann zu schreiben oder halt darüber zu sprechen, wie jetzt bei euch, um den Leuten Kontext zu geben und ganz wichtig eben auch den hörenden Lesern zu zeigen, dass die Leute vor 100 Jahren genau gleich gedacht haben wie wir. Da haben die Leute auch gedacht, ach, so schlimm wird es ja nicht werden. Ach, was soll denn sein? Wir sind anders. Und oft war es dann auch nicht so schlimm und oft war es sehr schlimm. Und vielleicht nochmal als Hinweis, das haben wir auch schon in vielen Sendungen zu unterschiedlichen Themen gesagt, früher waren die Menschen nicht dümmer als heute. Also so ganz kollektiv. Das waren halt genauso kluge und teilweise intellektuelle Menschen, wie wir heute sie in der Gesellschaft haben. und insofern sollte man nicht einfach in die Geschichte gucken und sagen, ja, aber damals, ne? Damals haben die ja auch noch die Erde für eine Scheibe gehalten, so nach dem Motto. Ja, um es eine Folge zu machen. So, genau. Ja, Ralf, vielen Dank für diesen Einblick in dieses hochspannende Thema. Hat uns mal wieder Freude gemacht, mit dir zu sprechen. Jetzt müssen wir natürlich, so ist das auch inzwischen bei uns im Podcast geworden, von nix kommt ja nix, das große Werbeschild mal einblenden und du musst jetzt mal unseren Hörerinnen und Hörern erklären, wie sie denn dich dabei unterstützen können, dass dieses Buch, über das wir jetzt ja geredet haben, was ich gerne lesen möchte, denn dann auch erscheint. Also, wo kann man dich unterstützen? Wie lange kann man dich unterstützen? Vielleicht sagst du da noch ein paar Worte zu. Ja, gern. Hier jetzt dann die Werbemusik einblenden. Genau. Ja, wir haben es ja anfangs schon gesagt, das Buch wird per Crowdfunding finanziert. Das ist jetzt in erster Linie das Lektorat, was da ein großer Block ist. Aber das bedeutet im Prinzip, dass man das Buch vorbestellen kann, und zwar auf Startnext. Das ist so eine Crowdfunding-Plattform, die größte in Deutschland. Das Ganze startet am 4. Mai, Montag, den 4. Mai. Genau, da kommt die Folge auch raus an dem Datum. Insofern könnt ihr quasi, wir werden es natürlich verlinken, direkt, während ihr die Folge hört, da schon mal hin surfen, dass man das als Hinweis. Genau, ja. Oder auf Startnext nach Populismus leicht gemacht suchen, da findet man das. Genau, und ich will das jetzt, das ist nicht so eine Sache, wo man einfach mal Geld hergibt, um nett zu sein, sondern man kann eben ganz konkret das Buch vorbestellen. Das wird 22 Euro kosten. Das Ganze druck ich dann, oder lasse ich drucken. Ich werde dann jedes dieser Bücher auch zu Hause hier dann persönlich widmen, an alle, die mich da unterstützt haben. Und das Buch erscheint noch im Juli, also vor dem Sommer. Das ist zumindest der Plan. Ich bin zuversichtlich, das Buch ist ja bis aufs Lektorat tatsächlich fertig. Und genau, vom 4. Mai bis zum 24. Mai läuft diese Aktion auf Startnext. Und für 22 Euro kann man sich das sichern. Es wird noch zusätzlich, ist am Podcast vielleicht interessant zu erwähnen, auch irgendwann ein Hörbuch dazu geben. Und auch da gibt es die Möglichkeit, wenn wir das Ziel etwas überschießen auf Startnext, werde ich eventuell sogar die Möglichkeit haben, in einem echten Produktions-Tonstudio ein Hörbuch aufzunehmen. Super, ja. Das ist noch so ein Zusatz, ja, Zusatzanreiz vielleicht für die Leute, die das lieber gesprochen haben wollen, die, ich weiß nicht, sich im österreichischen Akzent was erklären lassen wollen. Ansonsten, ja genau, wie läuft das dann jetzt ab dem 4. Mai auf Startnext? Genau. Und das ist eigentlich ein relativ bescheidenes Ziel, wenn ich das mal sagen darf. Also es müssten 100 Leute für 22 Euro sich das Buch vorbestellen, dann wäre sozusagen das Projekt schon durchfinanziert. Und das Hörbuch wäre dann bei 1.000 Euro mehr, bei 3.200 Euro durchfinanziert. Also das sind jetzt keine Fantasiesummen, die du da aufrufst, sondern da geht es eben genau, wie du sagst, ums Kosten entdecken. und wir können nur ermutigen, wen es interessiert, das zu fördern oder auch mal Werbung dafür zu machen. Kann man ja auch mal machen und sagen, das ist ein interessantes Buch. Das ist mega hilfreich. Je mehr Leute das sehen, desto besser. Also ich kann niemanden zwingen, 22 Euro in die Hand zu nehmen. Das will ich auch nicht. Wen es interessiert, freue ich mich natürlich riesig und sonst ist jedes Teilen mehr als willkommen. Wunderbar. Dann Werbeblock Ende. Ralf. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Genau, vielen Dank, dass du wieder bei uns zu Gast warst und wir finden bestimmt mal wieder eine Gelegenheit und ein Thema, das wir wieder gemeinsam besprechen. Ja, ich hoffe auch. Und vielen Dank für die Einladung. Ich habe jetzt allein nach diesem Gespräch schon wieder drei oder vier mögliche Ideen. Auf der Nummer kommst du nicht mehr raus. Ich glaube gerade Nationalismus, da haben wir noch ein bisschen Gesprächsbedarf. Kommt mir vor. Definitiv. Vielen Dank, alles Gute fürs Buch und bis demnächst. Vielen Dank. Tschüss. Ja, spannendes Interview, spannendes Projekt und wie gesagt, ab heute, dem 4. Mai, kann man Ralf beim Crowdfunding unterstützen. Also wir werden das wahrscheinlich sogar tun, weil wir das Buch auch gerne haben möchten und natürlich eine gute Möglichkeit, in schweren Zeiten auch Menschen mit ihren Sachen direkt zu unterstützen. Vielleicht interessiert es euch, verlinkt haben wir es auf der Homepage, könnt ihr dann draufklicken und euch das Buch auch vorbestellen. Crowdfunding ist so ein Ding, das Buch ist ja eigentlich fertig, haben wir ja schon drüber gesprochen. Alexa, da müssen wir jetzt aber noch kurz drüber sprechen, ob ein Physiker für das Eingestehen, das total doof war, Standing Ovations bekommen hat. Die Auflösung Die Geschichte, dass ein Astronom, ein Physiker sich hingestellt hat vor sein Fachpublikum und für einen Fehler, den er selber zugegeben hat, tatsächlich stehende Ovationen bekommen hat, stimmt. Und ich finde die Geschichte einfach wunderbar, weil sie wirklich auch viel darüber aussagt, wie die wissenschaftliche Community so tickt und dass man für Ehrlichkeit als Wissenschaftler belohnt wird und auch einfach das Verhalten dieses Wissenschaftlers ist fantastisch. Es handelte sich dabei um Andrew Lyne, der 1991 zusammen mit einem Kollegen berichtet hat, er habe einen Planeten in der Umlaufbahn eines Pulsars entdeckt. Das wäre eine wissenschaftliche Sensation gewesen, wenn das gestimmt hätte. Er hat auch natürlich seine eigene Arbeit überprüft, aber trotzdem sozusagen das gleiche oder dasselbe Ergebnis erhalten. Dann ist er eingeladen worden, um vor der American Astronomical Society einen Vortrag über diese Entdeckung zu halten. Und ein paar Wochen vor diesem Vortrag ist ihm aufgefallen, dass in einer seiner Berechnungen ein dicker, fetter Fehler steckte. Er hatte nicht richtig mit einbezogen, dass die Umlaufbahn der Erde um die Sonne eher elliptisch als kreisförmig ist. Und die Berechnungen waren grundfalsch. Das ist eigentlich wirklich ein Fehler, der im ersten Jahr Physik vorkommen könnte. Also etwas, das einem erfahrenen Physiker so nicht passieren sollte. Aber es war nun mal passiert und er konnte auch nicht mehr wirklich zurück und steckte wohl, kann ich mir richtig vorstellen, in einem riesen Dilemma. Und dann hat er tatsächlich diesen Vortragstermin wahrgenommen, hat sich hingestellt und angefangen, über seine Entdeckung zu erzählen. Und dann aber gesagt, und den und den Fehler habe ich dann gemacht. Und die Berechnungen waren aus den und den Gründen falsch. Und das Ergebnis war tatsächlich, dass die Leute absolut begeistert waren und ihn gefeiert haben wie einen Helden. Und es gibt Stimmen dann hinterher, die gesagt haben, sie haben noch nie so etwas Ehrenhaftes erlebt, wie das, was Andrew Lyon da gerade getan hat. Und das zeigt natürlich auch, wie ein Forscher, der sich und seine eigene Arbeit und die Wissenschaft ernst nimmt, auf solche Fehlschläge reagiert. Ich meine, der hätte auch versuchen können, das irgendwie zu vertuschen oder sich da irgendwie rauszulavieren. Aber nein, er hat sich ganz offen und ehrlich hingestellt und gesagt, hier, ich habe einen Fehler gemacht. So nach dem Motto, ich bin halt auch nur ein Mensch. Und es ist kein Wunder, dass dieses Verhalten so gut angekommen ist. Spannende Geschichte. Man muss natürlich auch sagen, dass das System, zumindest in Deutschland, kann ich es inzwischen eher überblicken, was die Finanzierung von Forschung angeht, manchmal auch fast ein bisschen dazu verführt, irgendwas nachweisen zu wollen. Zwang zu publizieren. Ja, und die Offenheit auch, publizieren wäre ja gar nicht das Thema, aber eine Publikation kann ja auch heißen, außer Spesen nichts gewesen. Das finden dann aber unter Umständen Fördermittelgeber auch nicht spannend. Und die Offenheit in der Forschung an eine Fragestellung heranzugehen, auch mit dem Risiko, dass dabei dann irgendwann rauskommt, daraus ist nichts geworden. Ist nicht ganz einfach. Natürlich möchten viele Fördermittelgeber dann auch gerne haben, dass man quasi die Ergebnisse schon in den Förderantrag reinschreibt. Das ist ein Problem, was wir haben. Dem muss man sich stellen. Und natürlich ist es dann umso beachtlicher, dass ein Forscher dann einen Fehler auch eingesteht und öffentlich darüber referiert. Denn, und das ist das Entscheidende, was passiert, wenn das nicht geschieht in der Forschung, wenn diese Fehlschläge nicht öffentlich publiziert werden und auch so publiziert werden, dass andere Forscher aus dem Gebiet das lesen können, dann würden im Zweifel zwar immer und immer wieder die gleichen Studien versucht werden und man würde immer nichts rausbekommen. Oder andere bauen ihre Arbeit auf Fehlern auf, die passiert sind. Genau, so ähnlich wie jetzt ja auch zum Beispiel für gewisse pseudowissenschaftliche medizinische Verfahren gerade wieder Forschungsgelder bereitgestellt worden sind, weil man dann doch nochmal rausfinden will, ob es nicht doch wirkt. Und da muss man allerdings sagen, hier ist doch so oft schon nachgewiesen worden, dass gewisse, sagen wir mal, zuckerhaltigen Stoffe über die Wirkerwartung hinaus keine weitere Wirkung haben, dass man dafür eigentlich keine Forschungsgelder bereitstellen sollte. Also hier haben wir einen umgedrehten Weg, aber es ist einfach nicht ganz so lax an Gelder ranzukommen für die Forschung. Man muss dann auch Gebiete haben, wo man gerne Geld gibt. Auch da unterliegt die Forschung gewisse Modeströmungen. Natürlich wäre es schöner, man hätte letztendlich die Option, mit einer guten Idee gefördert zu werden, unabhängig von irgendwelchen Ausschreibungen. Und das sieht man ja auch. Ich habe selber jetzt ein paar Mal mitgemacht, wenn man sich auf Verfahren des Bundesministeriums für Bildung und Forschung bewirbt. Da gibt es dann natürlich auf einem Optionen, das Geld ausgeschrieben wird, zwei bis dreihundert Bewerbungen und ungefähr zehn Projekte können vielleicht bedacht werden. Das ist halt auch ungünstig. Aber immer noch gut, dass wir von der Regierung Geld für Forschung bekommen. Das ist halt total wichtig. Aber vielleicht auch nochmal hier, wer immer auf die Forschung schimpft und auf Ergebnisse und Manipulationen, das ist immer nicht ganz einfach mit einer breiten Brust auch mal zu sagen, da ist jetzt nichts rausgekommen. Das kann einem noch schaden. Genau. Und was ja viele auch falsch verstehen, ist so überhaupt, wie das so mit Fehlern und Wissenschaft ist. Also Wissenschaft ist nicht unfehlbar. Es passieren in der Wissenschaft Fehler. Und das ist nicht das Problem. Natürlich können überall da, wo Menschen arbeiten und einfach Menschen sind, auch mal Fehler passieren. Das große Problem sind diejenigen, die absichtlich fälschen, fingieren oder ähnliches machen, die also wirklich betrügen. Das sind diejenigen, die dem Ruf der Wissenschaft schaden und dem Bild der Wissenschaft in der Gesellschaft schaden und nicht die Wissenschaftler, die Fehler machen. Das wird ja auch mal so gerne gesagt, ja Wissenschaftler sind ja auch nur so irgendwie doof. Und na klar, sie sind Menschen und sie machen Fehler. Aber das ist eigentlich in der Wissenschaft überhaupt kein Problem. Denn wenn da wirklich drüber gesprochen wird, offen und transparent, dann kann man sogar aus diesen Fehlern lernen. Das ist nämlich auch noch so eine Geschichte. Wenn jemand einen Fehler macht, dann führt es unter Umständen dazu, dass der Nächste ihn dann eben nicht mehr macht. Klassisches Beispiel dafür, wenn jemand absichtlich fälscht, ist die Wakefield-Studie, die uns ja bis heute plagt, weil immer noch Menschen wie so ein Geist aus vergangener Zeit, ja. Glauben, dass Impfen Autismus provozieren würde. Das ist eine klassisch gefälschte Studie. Da hat jemand Geld bekommen, nämlich Herr Wakefield, um so einen Quatsch zu veröffentlichen. Das musste zurückgezogen werden. Es gibt eine eigene Publikation darüber, dass diese Studie gefälscht ist. Aber trotzdem hat sie mal gegeben. Und wer sich da nicht auskennt in der wissenschaftlichen Publikationssystematik, findet die. Und deshalb wird die bis heute von Impfkritikern oder auch Impfgegnern zitiert. Und das ist ein Beispiel, was passiert, wenn jemand tatsächlich absichtlich fälscht, was das für einen Schaden provozieren kann. Das geht eben nicht. Es ist gut, dass du es nochmal angesprochen hast. Diese Differenzierung zwischen Studien fälschen und scheitern, publizieren, weil Scheitern zum wissenschaftlichen Erkenntnisweg einfach dazugehört. Ja, also Wakefield hat uns da wirklich keinen Gefallen getan, sondern aus niederen Beweggründen, auch noch zum eigenen finanziellen Vorteil. Ja, eine komplette Studie mehr oder weniger wirklich aus der Luft gegriffen und erdacht. Und es ist natürlich tragisch, wenn genau dieses Ding auch natürlich durch leider die Mithilfe der Medien uns immer noch so nachhängt. Ja, so. Kurzer Ausflug nochmal in Wissenschaft, Wissenschaftsförderung nochmal hintendran. In den heutigen Zeiten, in denen wir gerade leben, in der Pandemie, glaube ich, immer mal wichtig, nochmal drei Worte über Wissenschaft zu verlieren. Und ja, wir hörten uns im Mai auf jeden Fall nochmal in einer regulären Huxilla-Folge Es werden sicherlich noch so ein paar Ferngespräch-Talks mit Tommy Kropfeis dazukommen. Aktuell sind es nicht nur ein Termin in Planung, nämlich morgen direkt schon wieder am Dienstag, sondern eventuell sogar noch ein weiterer. Also da gibt es noch die ein oder andere Episode, die erscheinen wird. Und die kommen alle als Special natürlich bei uns in den Feed. Wir bedanken uns bei euch wie immer für die Unterstützung auf allen Ebenen, die wir von euch bekommen. Und ja, bis zum nächsten Mal und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla-Podcast ist kostenfrei und wird das auch immer bleiben. Damit das gelingt, könnt ihr uns bei der Produktion unterstützen. So wird das schon viele, viele andere tun. Vielen Dank dafür. Das geht ganz einfach. Durch einen kleinen Dauerauftrag auf unser Geschäftskonto oder zum Beispiel über PayPal. Wie das genau funktioniert, findet ihr auf unserer Homepage unter dem Punkt unterstützen. Und wenn ihr mögt, schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info-at-oxilla.de und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen. Wir sehen uns doch bei mir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.